hallo meine lieben schön dass sie wieder eingeschaltet habt ich habe heute ein craft update für euch und zwar sollte ich für meine freundin ein album basteln zum thema urlaub das hat sie mir schon im april gesagt und ich habe ständig vor mir her geschoben und jetzt musste es aber fertig werden also habe ich montag dienstag und mittwoch nur gebastelt und gebastelt und ich habe es echt rechtzeitig geschafft genau ich habe mich für das papier travel the world von 13 at arts entschieden und ich zeige euch jetzt aber erst mal noch die karte die ich gemacht habe die ist dann eben aus resten entstanden habe ich hier diese karte gewerkelt das ist noch die spie von dem travel the world das ist von stampin up farbkarton saharasand ja und das ist halt hier diese der kraft karton da habe ich dann hier noch so ein netzband könnt ihr das sehen verwendet hier und da habe ich ein stück holz aufgeklebt und seestern und hier so muscheln das war so eine so eine kette die habe ich auseinander genommen und habe mir hier die muscheln und die seesterne ja raus geschnitten und eben aufgeklebt also dass die karte und hier ist das gute stück so sieht es aus von vorne zeige ich euch den rücken und von hinten das ist dann so das album hat eine größe von 24,5 x 22,5 cm und der rücken ist acht zentimeter so dann habe ich auf dem cover habe ich natürlich erst mal habe ich hier wieder die buchecken verwendet das mache ich ja immer ganz gerne waren jetzt auch die letzten ich muss mich jetzt unbedingt wieder welche besorgen und dann war es für mich sehr schwierig das cover zu gestalten also es war echt schwierig und ich wollte irgendwie was haben was so ein bisschen aussieht wie netz und da fiel mir ein unsere wohnzimmer gatinen da waren doch noch jede menge stoffreste und die habe ich gestern gesucht und habe sie auch gefunden und da habe ich dann hier dieses stück das ist hier halt so ganz ja fein könnt ihr jetzt kann man es glaube ich erkennen mir dieses stück ausgeschnitten und habe das praktisch dann hier so um seht ihr ja und hier hinten dann mit so einem wie heißen denn die teile die kann man an kisten machen das habe ich mir aufgebogen und habe das aufgeklebt ich habe das mit heißkleber mit heißkleber aufgeklebt den chunky charm das gebamselt das hat mir die liebe marion vom kanal eiskalt gebastelt extra für das album wir hatten kontakt und da haben wir so geredet und da sagt sie auch da mache ich dir ein und da habe ich mich so gefreut da hat sie mir praktisch ja dieses gebamsel gemacht da hing noch mehr dran das ist aber während des transports ist es auseinander gefallen und ich wollte das wieder dran machen ich habe das aber nicht hinbekommen und es wäre auch zu viel geworden also habe ich dann die teile die praktisch abgegangen sind im album dann mit verarbeitet schaut übrigens mal bei ihr vorbei auf dem kanal da hat sie mir nämlich dann auch noch hier diesen süßen wichtel mit geschickt guckt mal ist der nicht süß die macht auch total schöne sachen ich verlinke ihren kanal auch mal mit so dann haben wir hier das band das habe ich ja dann auch hier zum verschließen benutzt das habe ich bei papier ja bestellt das segelboot das ist chipboard von cora projects diese holzstückchen da waren so segelboote drauf die habe ich abgemacht deswegen ist hier eine perle drauf weil er halt ein loch drin war ja dann habe ich hier wieder noch mal die muschel oder hier ist noch eine und hier dieses schöne teil habe ich von der regina mal bekommen dann habe ich das sehpferdchen das hat mir die ludmila mal besorgt und hier so noch die pailletten und hier noch mal perlen so dann mache ich das jetzt mal auf und dann geht das hier los mit der seite jetzt einfach nur eine tasche da habe ich dann erst mal noch hier so ein notizbuch gemacht hier unten ist dann noch mal gebamsel das sieht dann so aus da kann sie sich dann was reinschreiben vorne eine tasche und hier hinten eine tasche und das habe ich jetzt nicht laminiert ich habe das mit der buchfolie beklebt und da habe ich dann auch hier wieder dieses netzband mit verwendet so dann geht das jetzt los hier habe ich ein anker dann kann man das hier nach unten aufmachen hier ein foto dann foto hier sind dann magnete da habe ich auch nur die erste seite mit dsp beklebt und hier ist eine feste foto matte und dann habe ich hier wieder auch ein bisschen dsp und das netzband da fällt das buch aus hier wieder das netzband verarbeitet und das ist auch eine tasche da kann man sich was kleines rein machen dann habe ich hier so ein knopf da ist auch ein anker drauf wo ich den jetzt her habe weiß ich nicht und dann hier so zum ausschneiden war das wo ich sehe gerade hier ist noch gut dass ich euch das zeigt hier muss noch mal die spiel weil ich möchte ja nicht dass man das jetzt noch sieht na okay das muss ich noch machen so machen wir das wieder zu und dann gehen wir zur nächsten seite ach so das album hat fünf grundseiten hier habe ich jetzt eine mega dicke fette tasche gemacht wie zeige ich euch das jetzt mal hier da seht ihr das da habe ich dann auch hier so ein band drum gemacht da kann man jetzt noch mal was reinstecken das hat eine tasche so habt ihr das jetzt überhaupt gesehen ja und dann habe ich hier wieder chipboard von cora projects verwendet ein fisch und hier so ein gras und hier so ein seestern der hing auch am junkie charm den habe ich dann hier aufgeklebt dann habe ich jetzt muss ich wieder ablegen nochmal ein mini album in mini album gemacht aber erstmal mache ich das zeige ich euch die seite fertig hier habe ich dann wellung verarbeitet von stampeln ab ist das hochklappen und dann habe ich einfach nur hier eine tasche gemacht in dem ich das papier hier aufgeschnitten habe und dann können wir das rausziehen das mit einer hand natürlich nur ein bisschen gut kann man das so ausziehen und kann sich was aufschreiben oder ein foto drauf machen dann habe ich hier noch mal ein bisschen die spie verwendet und mir die muschel die auch am junkie charm hing hier aufgeklebt und dann kann man das wieder reinstecken so und das album das wird dann hier vorne praktisch gebunden und das sieht dann jetzt so aus wartet mache ich das mal kurz weg so da habe ich laminiert klitzer laminiert dann haben wir hier noch mal eine fotomatte drin als ist eine tasche hier haben wir eine feste fotomatte hier ist es einfach nur zum reinstecken hier wieder eine feste so und dann drehen wir es um jetzt muss ich hier mal gucken dass ich euch auch wirklich im bild wartet mal hier haben wir dann auch wieder einfach nur eine tasche da sind dann auch zwei fotomatten drin da kann man was dahinter klemmen sonst habe ich bei der seite nix gemacht dann hier wieder eine feste fotomatte und hier auch genau also ist ja auch noch mal reichlich platz für fotos jetzt muss ich das mal hier reinstecken wieder genau und das war nämlich hier da war das also passen hier auch noch mal reichlich fotos hin und jetzt kann ich das auch binden so sieht das dann aus und das kommt dann wie gesagt hier rein und das kann man dann noch so machen wie man möchte so hier habe ich jetzt einfach nur ein bellyband das habe ich auch aus diesem netzband gemacht und habe dann hier das war auf dem ausschneidbogen drauf einfach die blume ausgeschnitten und hier zwei blink blink drauf gesetzt und dann habe ich hier auch mehrere fotomatten das habe ich dann halt mit einem gummiband und den holzperlen und das war auch wieder am chunky charm dran das habe ich dann dafür verwendet und das kann man jetzt so ausmachen da haben wir dann hier so ein kleines booklet also da habe ich jetzt auch gar nichts weiter gemacht dann haben wir hier eine fotomatte für 9 x 13 10 war 15 das ist dann auch nochmal ein kleines booklet da habe ich hier die büroklammer dran gemacht und das hing auch am chunky charm also seht ihr ich habe jetzt alles was abgegangen ist im album mitverarbeitet da habe ich dann innen drin farbkarton von stampin up verklebt und habe ja linien gemacht ich habe die jetzt nur mit bleistift gemacht weil ich hatte keinen schwarzen fineliner ist aber vielleicht auch gar nicht schlimm weil wenn ihr das nicht gefällt kann sie es wegradieren und kann halt ja bilder reinkleben stattdessen das ist das und das sind jetzt fotomatten für 11 x 17 oder sogar 13 x 18 ich glaube 13 x 18 moment habe ich hier dann zwei fotomatten so das mache ich dann wieder fest und dann kommt das wieder da rein und hier habe ich dann eben auch noch mal eine blume aufgeklebt ich dachte das reicht dann hier auch so kommt das rein dann haben wir die nächste seite da habe ich jetzt praktisch zwei taschen aus velum hier eine richtige tasche hier oben nur ab zur hälfte da ist wieder chipboard von korra projects jetzt machen wir das album ist echt schwer hier dieser seestern die ist ja wie gesagt hier oben offen und da ist dann drinnen so ein mini booklet und dann hier nochmal sowas da habe ich dann auch noch mal dieses netzband das war ein rest habe ich aufgeklebt und diesen spruch und hier auch wieder farbkarton von su und auch die linien hingemacht und hier unten wie gesagt die feste tasche und das braune papier habe ich angerissen das ist auch noch mal eine kleine tasche praktisch das ist das selbstklebende samt von action und dann hier ist halt praktisch noch mal eine fotomatte drin kann man natürlich noch mehr rein machen so das ist die seite die seite das wird dann hier oben verschlossen den knopf aufgenäht und hier so das ist so ein ganz kleiner griff eigentlich und hier unten nochmal ein anker den machen wir auf und dann können wir das so aufklappen dann haben wir hier eine kleinere fotomatte und dann habe ich hier nochmal eine tasche wo man dann eben auch noch mal was reinstecken kann und so ist das hier auch und dann können wir hier ja gibt das etwas ist kann eigentlich gar nicht fest dass ich mache das dann noch mal nur also da habe ich dann noch mal zwei so kleine ja keine ahnung wie ich das jetzt nennen will also ihr seht ja das habe ich da rein gemacht und hier oben ist praktisch auch noch mal ein anker damit es schön fest bleibt so und der kommt darüber was er jetzt auch nicht will und dann machen wir das hier einfach so fest und dann können wir schon wieder zur nächsten seite die ist dann so da habe ich hier wieder ein anker dann klappen wir das so auf und auch da oder ebenso und das können wir dann auch noch so aufklappen dann habe ich hier auch wieder von cora project chipboard verwendet das machen wir dann wieder so zu und hier unten ist wieder nur so eine mini tasche aus velum wo man eben nochmal was reinstecken kann und dann hier unten nochmal eine muschel die eben auch am junkie charm hing so und dann haben wir die seite ja schön da habe ich die zwei seesterne hier ausgeschnitten habe nun band hingeklebt und auch hier nochmal so ein spruch ausgeschnitten und das ist halt wie gesagt ein wasserfall ich habe das jetzt hier so gelöst dass ich das papier aufgeschnitten habe und dass die lasche dann da reingesteckt wird das ist ein bisschen frühmählich das werde ich jetzt auch mit einer hand glaube ich nicht hinkriegen aber das war für mich jetzt die beste lösung irgendwie so und dann habe ich auch nur hier oben auf der ersten seite noch mal die spie das habe ich dann als tasche gemacht da sind dann moment ich lege das mal hin da sind dann hier so zwei text drinnen das muss ich noch mal binden noch mal knoten rein machen so also da habe ich dann zwei text gemacht und band mit einer perle die sind sogar drei text genau aber dieses band ist nicht so schön das geht irgendwie andauernd auf das gucke ich mir dann auch noch mal an so und jetzt muss man da halt schon ein bisschen die andere hand mitnehmen dann kann man das hier sehr gut wieder reinstecken und dann haben wir diese seite das wird hier befestigt da habe ich es an einem pret und wird dann hier befestigt und das habe ich auch laminiert mit mit glitzer und pailletten und da bin ich extra noch mal ins action und habe mir hier dieses zwölfer set hatten die doch da dieses klitzer zeug das war noch so ein zwölfer set bin ich extra noch mal zum action weil ich nichts blaues hatte und habe das geholt und dann habe ich die seite halt laminiert hier können wir das danach hier aufklappen und dann ist hier einfach eine tasche mit einem noch mal mit einem booklet auch hier nochmal und hier oben ist halt eine feste fotomatte also das ist ein briefumschlag hier unten dann auch hier nochmal chipboard von cover project das war ein ausschneidebogen hier habe ich so drei kleine pärchen so hingemacht und das hier ist von craft o'clock das war noch so ein rest das ist ja dieses habe ich euch doch auch im hall gezeigt das ist cover zum ein fürs cover zum einbinden was ich ja auch so gerne nehmen da hatte ich noch ein rest und ich habe gedacht das passt ganz gut und habe das damit verarbeitet genau so und wie gesagt das wird dann jetzt hier so befestigt und auch hier ist dann noch das gebamsel dran von dem chunky charm so auf der seite habe ich das jetzt so gelöst also auch hier wieder chipboard von cover project da können wir jetzt mal noch so sich hier anders machen noch so was rein machen rein stecken dann habe ich hier wieder mit magnet gearbeitet da haben wir dann hier nochmal platz für ein foto und auch hier und hier auch noch mal das habe ich dann wieder so gemacht und oben dann nochmal eine tasche jetzt hier oben nochmal eine tasche und da habe ich auch noch mal hier zwei tags gemacht und hier habe ich noch entschuldigt bitte selbstklebende pailletten von stampin up aufgesetzt dass das so ein bisschen schimmert und jetzt sind wir schon bei der letzten seite die sieht so aus auch hier das ist auch noch mal von core project dann habe ich hier halt so ein makramee band aufgeklebt in wellenform hier unten nochmal drei pailletten dann können wir das jetzt hier rumklappen da können wir hier ein foto aufkleben und dann geht das hier so auf und dann haben wir hier nochmal eine tasche und dann hier nochmal was zu schreiben hier kann man habe ich auch hier nochmal von gardinenstoff aufgeklebt weil ich mich hier leider beim dsp verschnitten habe und ich wollte aber dass das zusammenpasst und dann dachte ich ach dann klebe ich da einfach hier gardinenstoff auf und ich finde das ist auch okay dann hier oben nochmal eine tasche und dann können wir das hier so aufklappen nochmal und dann so auch wieder mit magnet so und dann sind wir schon auf der cover innenseite da habe ich einfach auch gut ist das schwer einfach ich mache das jetzt mal so eine große tasche aufgeklebt hier war nochmal dieser rest von dem einwand für ein cover auch hier nochmal ein rest von dem netzband das habe ich hier mit heißklebepistole angeklebt und das ist goldene heißkleber das schimmert dann so ein bisschen dann habe ich hier auch noch mal ein griff aufgesetzt und hier nochmal so ein paar pailletten und da können ach ja hier habe ich ja vergessen hier ist auch noch mal eine wellung tasche genau und hier kann man jetzt auch noch mal was rein stecken und da sind jetzt dann auch noch mehrere fotomatten drin wieder zwei stück in 13 18 dann zwei stück das sind jetzt 11 mal 17 oder ja zwei stück 11 mal 17 und und 10 mal 13 und nochmal so sowas genau ja das war jetzt das album hinten habe ich dann noch mein muss mal aufpassen mein stempel aufgeklebt weil ich ja keine nähmaschine habe sonst hätte ich das band aufgenäht bevor ich natürlich das alles ein kleber aber ich habe ja keine nähmaschine ich kann ja und deswegen habe ich das dann aufgeklebt aber auch mit heißklebepistole weil normaler kleber hat einfach hier auf diesem samtigen stoff nicht gehalten ja meine lieben und hier sind pärchen abgegangen da muss ich noch mal ran da bin ich echt gespannt was ihr zu dem album sagt ich hoffe es war jetzt alles in der kamera es war jetzt echt ein bisschen schwierig das so zu halten weil das ist echt schwer ich müsste das mal wiegen was das liegt ich bin echt gespannt was ihr dazu sagt ob es euch auch so gut gefällt wie mir also mir gefällt es echt gut obwohl das ja gar nicht so wirklich mein thema ist muss ich sagen aber es hat sehr viel spaß gemacht es zu basteln und ich habe schon mal ein paar fotos meiner freundin gezeigt ihr gefällt es auch ich bin wirklich gespannt was sie sagt wenn sie es in der hand hält ja dann war es das für heute ich hoffe euch hat mein video gefallen dann würde ich mich natürlich über ganz viele kommentare freuen das ist ja klar und ich würde mich natürlich auch freuen wenn ihr beim nächsten video wieder mit dabei seid und bis dahin wünsche ich euch wie immer eine schöne und kreative zeit passt auf euch auf bleibt gesund und bleibt echt zu hause es ist halt wie es ist dies jahr aber auch das schaffen wir alles klar dann bis demnächst drückerchen euer mine mienchen tschüss